Jo, moin moin, ihr fliegt unter Heu, meine lieben Landraten und Landrädchen, damit herzlich willkommen zurück zu Anno 1800. Ich bin gerade überlegen, soll ich das hier für 24k kaufen? Eigentlich nicht so. Wir brauchen Geschick. Geschick, 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 Redegabe. Geschick 20. Oh, das hier ist. Das nähen wir mit. Jo, jo, lass ihn krampfen. So. Dann brauchen wir noch Rationen. Und geben wir die nicht mal mit. Das hier ist Heilkunst. Staps ist Heilkunst, ist auch so ein geiles. Kleidung ist auch Heilkunst. Habt die Pfeife eingemottet, als der Husten schlimmer wurde. Jagdglück. Also wir brauchen jetzt noch irgendwas für Jagdglück. Geschick. Geschick. Guck mal, Geschick könnten wir sogar noch weiter pushen mit. Holz. Da Geschick das höchste ist, was wir brauchen, würde ich sagen, ist das ganz gut, wenn wir davon vielleicht mehr nicht nehmen. Sehr schön, Enterprise hat alles geladen, was sie braucht. Werft, Werkzeug, Kiste. Setzt ihren Hafen schnell wieder anstatt. Aber gut, das ist ja egal, das soll ja auf dem Schiff sein. Brot. Handgefertigte Laibe. Und Bretter. In Scheiben geschnittener Baum. Auch nicht schlecht. Okay, dann Aufbau-Bier. Darf gerne weitergehen. Hier drüben. Kurz mal überlegen, wo wir hier was hinsetzen. Das hier wäre ganz nett. Die Frage, wie viel Abstand brauchen wir für den Getreideck-Fark? Ich würde sagen, machen wir mal, gucken wir mal, ob wir das so ausgefüllt bekommen. In der Blaupause. Schön jedes Feld bis auf Maximo nutzen, so lieben wir das. So, drei Stück. Ich muss mal ganz kurz eigentlich nochmal diesen Bauplan aufrufen. Ich habe das immer nicht so ganz im Kopf, wie die Konstellation ist. Ob 2 zu 3, 3 zu 2, 1 zu 2. Der gute alte Warnrechner. Produktionskette. Für Bier. So, 2 Getreidefarben versorgen. Eine Melzerei. Das heißt, wir haben jetzt hier eigentlich schon zu viel. Aber passt schon. Wir brauchen ja eine große Stadt. Dann machen wir einfach noch eine Getreidefarm. Dann können wir nämlich 2 Melzereien versorgen. Booyah. So, also damit versorgen wir 2 Melzereien. Machen wir es mal so, dass wir hier... Da kommt eine Lagerhaus hin. Eine Lagerhaus. Und hier kommt die Melzerei. Warte mal, das Lagerhaus steht aber falsch, oder? Ja. Jetzt steht es richtig. So, das wird der Teil. Und jetzt können wir überlegen, ob wir hier hinten... Mal lesen, weil Bärsch, Bärsch, Bärsch. Die Frage, wo... Schieben wir hier am ersten... So? Oder eher... Probieren wir es mal so. Probieren wir es mal diese Ecke aus. Bing, 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 bing... Wenn wir 2 Melzereien haben, dann können wir nachher 4 Brauereien versorgen. Und die versorgen wir mit 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Haufenplantagen. Also ich kann übrigens jedem nur diesen Anno 1800 Warenrechner empfehlen. Das ist... Ein angenehmer Luxus. Um alles hier richtig schön effizient zu bauen. Also von der Auslastung her effizient. So, weiterkommen wir doch nicht. Next. Man sieht hier vor lauter Bäumen auch gar nicht, wo es hier eigentlich... Oh, das war schon 96. Okay. Das sind auch 96. Kann ja sein, dass das gar nicht ausreicht. Warte mal. Geht natürlich hier nicht sehr weit hoch. Joa, ne. Effizient ausgenutzt. So, das heißt, wir haben jetzt 6 von denen. 4 von denen und 2 von denen. Also 4, 4 Getreidefarben, 2 Melzereien. Brauereien brauchen dann wiederum hier Arbeitskräfte. Also Stufe, also Stufe 2. Neue Befehle. Um die bauen zu können, werden wir wahrscheinlich schlussendlich... Mindestens mal Kleidung. Gehen hier auch Kartoffels? Kartoffels gehen hier auch wunderbar. Wo machen wir was? Hier kann man eher eine große Farben unterkriegen. Dann würde ich sagen, machen wir hier unsere Kleidung. Bis ans Ende der Welt. Oh yeah. Das hat aber lange gedauert, bis er die Karte verlassen hat. Toi, toi, toi. Ich drücke dir beide Daumen. Ja, danke sehr. So, da haben wir Kleidung. Gucken wir mal, ob... Die sollten wir zuerst bauen, weil... Ohne die kommen wir nämlich nicht auf die nächste Stufe. Was wir hier mal machen könnten, wäre vielleicht ein Depot bauen. So, dann fährst du wieder hier rauf. Oder können wir jetzt mit Handwerkern schon... Ne, wir haben nicht genügend Handwerker. Schade. Aber wir konnten ja mal ein paar ausbauen hier. Warum denn nicht, ne? Sehr schön. Zack, der kommt weg. Und dann haben wir hier noch eine kleine Aufgabe. Als Konditor ein Genie. Hilfe, mein kleines Licht erlischt. Als Konditor ein Genie. In einer neuen Stadt völlig verloren. Können Sie mir helfen, meinen Cousin zu finden? Er ist ein großer, fetter Bursche, der sich nie von seinem Bier trennt. Man kann ihm nichts verfehlen. Der Konditor. Ein großer, fetter Bursche. Opfer meiner eigenen Zufriedenheit. Ich fürchte, ich werde noch anspruchsvoll. Ich würde sagen, du bist es. Wobei, wir hatten das, glaube ich, schon mal so richtig konditorhaft. Sieht ja nicht aus. Also, eher wie ein Metzger. Äh, wo ist denn das jetzt? Ähm, da, ne? Optik. Ein Springbrunnen freudvoller Neuigkeiten. Unterhaltskosten für Bäckereien minus 50 Prozent. Das ist nicht schlecht. Das ist sogar so gut, dass ich sage, ähm, lol. Lol. Wir hätten den noch mit an Bord der Enterprise nehmen können, hätten wir nochmal fünf mehr geschickt gehabt. Und Kampfkraft. Verdammt. Wir schicken mal den hier rüber. Aber warte mal, brauchen wir für... Den brauchen wir nur Steinführer, okay, verstehe. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Gewerkschaften. Das Auge des Sturms jeder Veränderung. Oh ja. Bist du's? Ne, da kommt er an. Die Seepocke. Vielleicht eher so. Pocken brauchen wir wirklich nicht. Die Tropenkönigin. Joa. Warum nicht? So. Zack. Sparen vom Unterhaltskosten. Können wir hier was mitnehmen? Wir könnten hier eigentlich auch die Bretter mitnehmen. Segel setzen. Segel. So. Und ab in die Handelskammer mit unserem guten Konditor. Der spart Unterhaltskosten 50% pro Gebäude. Guck mal, der bringt auch nochmal 20 Geschick. Meh. Wir hätten so viel Geschick haben können. Egal. Egal. Das passt schon so. Können wir vielleicht noch ein bisschen aufwerten, weil... Ja, wir könnten ein bisschen mehr Geld gebrauchen. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Sehr schön. Stadt. Meine Damen und Herren, wir sind jetzt eine Stadt. Und wir können ein Zoo bauen. Zoo ist auch nicht schlecht. Zoo bedeutet nämlich auch gleichzeitig Besucher-Kai. Und oh ja, wir brauchen erstmal Fenster. Wir brauchen Fenster. So dringend Fenster. Das kann doch gar keiner erklären. Ich kann nicht singen, Freunde. Vergesst es. Da-da. Ähm. Das ist alles zu krumm und schäb. Hier. Hier vielleicht unter. Geil, oh, Mato. Schön gerade nebeneinander. So mag ich das. Die Schweine-Dinger da zwar so ein bisschen im Weeg, aber... Hey, gut. Gott soll's. Oder kann man die... Warte mal, kann ich die auch so setzen? Ne. Ja, man kann das später ja nochmal ein bisschen umsetzen, wenn wir ein bisschen mehr Sybetrieb da rein haben wollen. Und so, wir haben jetzt zwei Glashütten. 30, 30. Da brauchen wir auf jeden Fall einen Holzfäller. Würde ich mal so sagen. Das ist ja so. Das ist ja so. Jetzt kommen wir hier hin. So, ihr dürft auch ein bisschen upgraden. Wie sieht's eigentlich an der Riliche sonst mit den restlichen Waren aus? Das Fisch steigt wieder. Schnaps und Kleidung sind tatsächlich schon wieder am stagnieren und hängen nur an der Verkaufsgrenze. Wurst geht auch schon wieder nach unten und Brot auch bei Vierbäckereien. Da kann ich mir auch kaum vorstellen. Wurst, ja, Wurst. Das gute Wurst-Debakel hier wieder. Ich meine, wir haben die Möglichkeit, das definitiv noch ein bisschen zu erhöhen. Und schwupps, schon wieder verbaut. Mann, Mann, Mann. So, dann noch zwei Metzger. Und dann links, einer rechts. Und schon wird es klappen. Zurück zu den Fenstern. So, Holz machen wir jetzt auch. Einer sollte an sich lang. Also ein Holzfäller meine ich. Jetzt die große Frage. Die machen zwei pro Minute. Gut, das heißt, wir können nur vier Stück bauen. That's great. Machen wir das mal so. Dann kriegen wir nämlich hier noch einen. Und da noch einen Markplatz hin. Ich weiß, das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Für den Anfang, aber... Jetzt wird es schon wieder an Stahl. Es mangelt an Stahl. Natürlich auch damit zusammenhängt, dass der hier oben vielleicht einfach überfordert ist. So, bauen wir hier Steinstraßen hier für alle. Dann müssen wir jetzt auch mal auf unser Geld achten. Nur noch 8000. Bilanz ist zwar relativ okay. Oh, da geht auch mehr. So. Hier geht auch mehr, weil ihr dürftet nämlich alles haben. Ich habe meine Familie bei mir. Was will man mehr? Sehr schön. Hoffenstadt auch hier. Sehr wichtig ist, könnte man hier nämlich eigentlich auch mal durchziehen. Bisschen die Stadt erweitern. Bringt ja ein bisschen mehr Steuereinnahmen. Das Ganze. Wunderbar. Ah, sträubende Schrecken. Alter, weil du was. Tor aus Flammen. Alles deutet auf das flammende Tor hin. Es scheint wie eine Halluzination einer... Äh, alter... Was? Es scheint wie eine Halluzination. Ein alter steinerner Durchgang im Fels, der von blauen Flammen umzüngelt wird. Vielleicht wurde er von einer... Von einem alten Volk als Abkürzung unter dem hohen Bergkamm hindurchgeschlagen, der die Region teilt. Ihre Männer sehen es als verheißungsvolles Zeichen, dass sie zum Durchgang einlädt. Okay. Doch vielleicht wäre es sicherer, ein Umweg durch den dichten Dschungel zu nehmen. Hm. Es glauben und durch die Flammen springen. Erfolgsschancen 5% bei Glaube. Vor dem Sprung durch die Flammen in etwas einhöhlen. Geschick 40%. Sich lieber durch den Dschungel 25%. Nee, wir nehmen das hier. Tor aus Flammen. Sie schaffen es. Eingerollt wie Teppiche springen sie durch das brennende Tor. Ihre größte Klage gilt dem süßlich stechenden Schweißgestank, der ihnen nun durch den Tunnel bis zur anderen Seite des Berges folgt. Auf dem Weg fragen sich aber weiterhin alle, was es mit diesem mysteriösen Tor wohl auf sich hatte. Geil. So. Für ein Brot mit 3% Moralverlust, wir sind noch auf 100% wohlgemerkt, weiterfahren. Das hat doch super geklappt, Freunde. Sehr schön. Das freut uns alle. So. Hier haben wir Kleidung, wir haben auch Holz. Die Siedlung darf gerne ein wenig noch wachsen. Wir müssen hier leerer Platz, wir müssen da nichts drin haben. Da müsste eigentlich das Bauernhaus drin sein. Sehr schön. Hoppala. Straße, Straße und noch mehr Straße. Wunderbar. Das heißt, hier können wir dann nichts auch auf Arbeiter schon aufrüsten. Hier, naja, wir könnten, der Handwerker ist momentan unser Maximum. Hier würde ich jetzt erstmal nicht weitermachen, weil ein bisschen Arbeitskräfte brauchen wir definitiv hier noch für den Ausbau hiervon. Was kostet uns das? 5.000, also genau die Hälfte. Na komm, wir brauchen es ja. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Wenn es euch gefallen hat, nicht vergessen, kommentieren, abonnieren und liken. Und ja, mal gucken, was der gute Anarchist noch so für Aufgaben vor uns hat. Ich würde sagen, beim nächsten Mal müssen wir nämlich ein paar Aufgaben erledigen, einfach aus, ja, Geldmangelgründen und so weiter und so fort. Ich gebe jetzt nochmal ein Kanonbötchen im Auftrag. Ja, weil derzeit haben wir außer der Hafenkanone null Verteidigung hier. Vielleicht müssen wir auch noch eine, weiß ich nicht, Verteidigungsaufgabe machen. Da kommen die Kanonsboote zwar nicht wirklich mit klar, weil die eigentlich viel zu schwach sind, aber immerhin etwas Feuer unter dem Hintern haben wir dann. Ich bedanke mich für immer fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, nicht vergessen, kommentieren, abonnieren und liken. Habe ich glaube schon gesagt, weiß ich gerade gar nicht. Egal. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Hummel, hummel, moz moz.